Wenn man Sie beobachtet hat nach Ihrem Treffer zum 6 zu 1, da war auch so ein bisschen eine Portion Genugtuung dabei? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich echt gefreut, mal wieder ein Tor zu machen. Bis jetzt war ich ein BFC letzte Saison und dann bin ich halt in die Kurve gerannt, wo auch meine Eltern saßen und dann habe ich mich einfach gefreut, die zu sehen und da halt das Tor zu schießen. Ihre persönliche Situation ist ja gar nicht so einfach. Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld bei NL Cottbus ist riesengroß, da muss man immer wieder seine Lücke suchen. Ja, beschreiben Sie mal, wie schwierig ist das? Sicherlich nicht leicht. Ich meine, es sind am Ende drei Positionen für sieben oder acht Spieler, aber das muss man ins Fußball hinnehmen. Ich glaube, es sind nicht alle immer gewohnt, dass da irgendwie man auf der Bank sitzt. Da sind halt mehrere Spieler, die vielleicht dann erwarten, auch öfter zu spielen. Ich glaube, sowas heilt auch den Konkurrenzkampf an. Ich glaube, da müssen wir einfach hart arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Es bringt nichts, wenn wir dann vielleicht auf der Bank sitzen und dann sagen, ey, ich hoffe, dass er so viele Fehler macht. Wenn wir da einfach ruhig bleiben, ist das für die Mannschaft auch besser. Wenn man jetzt auf den Spielplan schaut, da wird es schon ein bisschen happiger in nächster Zeit. Kommen jetzt langsam die Wochen der Wahrheit für die Mannschaft? Ich glaube, jedes Spiel ist wichtig. Also klar, wir hätten jetzt zwei Spiele weniger gehabt, die jetzt, glaube ich, im September und Oktober nachgeholt werden müssen. Das wird jetzt ein volles Programm, ich glaube, mit sechs oder sieben Spielen im September. Ich weiß nicht, ob Landespokal ich damit einberechnet habe. Wir müssen da, wie gesagt, alle zusammenhalten und dann können wir, wenn wir jetzt so ein paar Spiele dann fair erreichen. Ja, möglich ist immer vieles. Wir müssen halt die Leistung bestätigen. Wie gesagt, an zwei, drei Stellschrauben trotzdem noch arbeiten in der Defensive, in der Restverteidigung oder auch nach vorne hin im letzten Pass, um das konsequenter zu spielen. Da nehme ich mich auch mit ein und dann werden wir mal sehen, was noch möglich ist. Ihre persönliche Rolle ist ja auch so ein bisschen fraglich, wo jetzt genau Sie im Mittelfeld dort Ihren Platz finden. Der Trainer hat viele Optionen, hat auch gesagt, er muss irgendwie alle Mittelfeldspieler dort unterbekommen. Ja, wo sehen Sie sich aktuell? Aktuell spiele ich auf der Acht. Es macht Spaß. Ich werde da spielen, wo mich der Trainer braucht und wenn er mir halt auch mal eine Pause verordnet, dann ist es auch so. Ich denke, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, eine gute Saison zu spielen und da muss das eigene Ego ein Stück weit hinten anstehen und dann hoffen wir das Beste für die Saison. Bio. Ja! ml rap. 1 clin sind